Wir sind in Chicago, Samstagnachmittag, United Center, das Haus des Mighty Jordan gebaut hat, sozusagen. Und hier geht es so ein... Und schaut euch das an. Ich habe gehört, es ist ausverkauft. Das heißt, jede Menge Leute... Jetzt wird der Oktagon kurz ausgefühlt. Das sind jede Menge Leute. Jetzt wird der Oktagon kurz ausgefühlt. Ich kann mich daran erinnern. Now you can come through. I will let you go through. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Jahresle Michael Untertitelung des ZDF, 2020 Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Ja, scheiße Mann, das ich ja nicht kämpfen kann. Aber Pascal macht das so, ich freue mich schon drauf. Gregor ist dabei, Duke ist dabei, Ben Askren, Diego, Morales. Alle da, die ich brauche. Hier kommen immer die ganzen EUC-Fighter, sich ein bisschen an den Käfigs zu gewöhnen. Ein paar gefilkante Gesichter. Einfach das Gefühl für einen Käfig kriegen. Hier Pascal als Bodencoach. Und der Pascal selber. Und ich. Pascal ist natürlich top in Form. Nicht nur physisch, sondern diesmal auch mental. Voll auf der Höhe. Und die freuen sich schon, dass wir jetzt hier richtig drüber kommen sollen. Die anderen Kämpfe werden sich ja auch sehr gut. Spannend. Und ist der Warehouse. So, zurück nach dem Kampf. Alles super gelaufen. Drei Runden. Dein kleiner Finger war mir jetzt. Der schmutzende Finger. Mein Gegner hat einen harten Kopf. Ich habe mich auf jeden Fall auch getroffen. Meine Hände sind ein bisschen gut genommen. Ja, zeig mal hier. Gutes Zeichen, gutes Zeichen. Die schlimmsten Verletzungen sind immer da. Und jetzt sind es nur noch meine zwei Teamkameraden. Erich und Anthony, die einen Job erledigen müssen. Und dann wird heute Nacht ein bisschen gefeiert. Und ich werde auch davon kleidens wieder drehen und mich jetzt laufen und reißen. Vielen Dank an meine Coaches. Gregor. Dreh mal die Kamera. Ja, Gregor. Coach Kush. Great job, great job, Panzer. Working on my hands all the time. Making me connect on right and left. And all the other stuff too. Shoutouts to Diego. Hey John, Pascual, Porra, Brasil. Brasil? Brasil, Porra. Du Gruffers over there. Working on my hands. And then somewhere we got the wrestler with the curly hair. Where is he at? We got... There he is. And the wrestler with the curly hair. Props him too. Oh, is it video or is it... Yeah, that's the video. Like a little video block. Yeah, here we go. Pascual did great, man. He killed that guy. Working on my takedowns more. Next time. That's what we got here before. The takedown defense was good. He only took it out once out of maybe eight tries or something. That's right. Good. Good. Feeling great. It's great to be back. My brother Showtime's getting ready to whoop some ass. We got the one and only E.T. We ain't here making it happen tonight, baby. It's going down. You just watching each person. They just compete. So it starts right here in Chicago, baby. Right here. Hip-hop preacher. Check him out. He's done tonight. One at a time. We've been doing it. He got to turn the camera on himself. One at a time. One at a time. Talking about me. Absolutely. Let's get it. He started it off. He's going to keep riding that horse. Waiting on that horse. We started laughing. We made no screaming. Spotlight's cold. I'm so much bleeding. I'm spot up for shit. Grabbed in the beat. Landed up some clues. Never hurt the treatment. Grabbed away. You're a pocket. You're a man. Ain't something to be fine. You're a man. 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 And now, introducing the champion, Mighty out of the red corner. This man is a Pac-Ration partner. Hold your professional record. 16 wins, 2 losses, 1 draw. He stands 5 feet 3 inches tall, weighing in at 125 pounds. Fighting out of Parkland, Washington, ladies and gentlemen, he is the leading, defending, undisputed UFC flyweight champion of the world, Demetrius Mighty Mouse Johnson! It's time for him to come, so it's good.